Hast du dieses Spiel? Zeig mal. Das heißt Clash Royale. Hast du schon gespielt? Ja, ich habe schon letzte Jahre gespielt. Welche Stufe? Warum hast du so gemacht? Gib mir eine Zigarette. Ach du, wieder. Was ist los? Schnell, verdammt. Schnell, gib mir ganz. Wie ist der? Der macht es jedes Mal so, ich kenne ihn. Komm mal mit, komm mal mit. Kennst du jemanden? Ja, ja. Okay. Du, was siehst du? Ja, krass, Alter. Er macht irgendwie die Stimme kaputt. Ja, wirklich? Ich weiß nicht, ist er... Dafür. Ah, super, wunderbar, hier. Danke, Bruder. Ja, bei mir auch. Guck mal. Ach so, kannst du reden, ne? Ja, ich meine. Guck mal, das ist gut, ja. Der ist komisch. Er weiß noch nicht. Guck mal, das? Er weiß noch nicht. Ja.